Hola Señores y Señoritas Willkommen zurück zum nächsten Part von Alan Wake 2 und zwar ist es heute Halloween Wenn ihr den Part seht ist es wahrscheinlich nicht mehr aber ihr könnt ihn euch ja nächstes Jahr zu Halloween anschauen Ah ok wir müssen jetzt zu Coffee World Ich weiß halt noch immer dass wir wieder hinkommen Wakey wakey it's up is cool Aber man ist was Ey wenn du die Ambos weg nimmst du legst sie zurück in das Versteck Besser ich hab den Code genannt wie gewünscht ja toll Versuch was wert Aber mal Wo sind Pfeile 5 7 2 5 7 probieren wir mal 2 5 7 Ok dann probieren wir mal 7 5 2 5 7 2 2 2 2 Ich bin mir sicher dass es damit zu tun hat Tja gehört schon mir Tja gehört schon mir Ich habe nicht ihr Kloats, ihr Boots und ihr Motorcycle Danke für die Weile Danke für die Weile Danke für die Weile Danke für die Weile Da dann auch ein paar Oh ich habe keinen Platz mehr Hm Wir machen das aber so dass wir das auf 4 tun Was ist jetzt Kaffee das Hättet sich vor dem Tod wird aber dabei zerstört Eingriffe lassen Pfeilen sehr häufiger taumeln Ah Erhöht die maximale Gesundheit Ah schau her Dann haben wir das da und da können wir das nach oben bewegen und dann können wir die Pfeile noch aufnehmen Das ist alles cool Alles cool Das heißt wir werden jetzt Geradeaus und dann links Also hier und dann links Moin Das ist alles scheiße Aber dafür ist das schnell gefinisht Ja man kann die Pfeile wieder rausnehmen Ah cool Hinten leuchtet was rot Das ist alles gut Weil sie immer einfach von Irgendwas attackiert waren Also seine schnelle Viech war ja aber scheiße Das ist alles gut Ah da Coffee World So ich gehe zuerst mal Schauen wir mal Rechts oben Vielleicht gibt es hier irgendwie Loot Hm Warum nicht Ein paar neue Schuhe Ein paar neue Schuhe Meine Skriptfragmente Da ist sonst nichts Das ist einfach im Wasser Vielleicht kann der Alan hin wenn er das Licht aktiviert Das dann jetzt alles abgesenkt wird Das schmeckt ein Drachen alter Das schmeckt ein Drachen alter Das schmeckt ein Drachen alter Acht mal wieder die Schnauze auf Was ist das? Was ist das? Äh ich vielleicht nicht mehr traf mit der Schraubstren Was ist das? oder auch nicht hier gibt es irgendwie nix so und rummeln ist halt immer immer gefährlich man ok auf gehts zum rummeln diese lunchboxen sind eigentlich so richtige lifesaver fahrgeschäfte im café thema mäßig am insan schöner ausblick auf watery vom riesenrad die maskott hier haben ihr bestes gegeben was noch der café war ok kontra wackelige fahrgeschäfte gruselige stimmung gierige besitzer sie haben den armen elch getötet was für eine wendung so ich schaue mal zuerst hier hinten herum und dann glaube ich gehe ich da gerade aus lockt need something to jimmy it open with a list of maintenance work a screwdriver ha i forced it last time was ist das ok a a a a Also entweder wir gehen hier oben jetzt rauf. Nur gestreifte Becher. Nur gestreifte Becher? Oh. Also es wird diverses Muster haben. Oder wie? Ah. Nur gestreifte Becher. Also eins. Vier. Eins. Vier. Also es ist ein sieben. Eins, vier, sieben. Eins, vier. Sieben. Hätte aber einfach. Cool. Okay. Äh. Jetzt sagen wir mal richtig scheißt. Siehst du? Ist jetzt irgendwo aus Betrieb. Alles klar. Ich denke mal. Also wir müssen glaube ich in den Raum rein. Aber für den brauchen wir den Schraubenzieher glaube ich. Creepy Sheets alter. Out of order, out of order. Okay, sind da irgendwie alle zu. Schauen wir mal. Despresso Express. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall mal. Einen Schraubenschlüssel. Mal gucken ob ich den finde alter. Es ist einfach mitten auf dem Ding. So ne. Ich meine das ist ne safe zone. Also. Das da viel scheiße passieren wird. Okay. Bowling. Ach ja ja. Das ist auch Munition. Das sind gleich Batterien. Jesus. Das ist ein Schwachsinn, Mann. Das ist nur ein Pott Koffee. Hm. Ich kann da das Pirin. Oh Mann. Okay. Dadurch dass es unter Wasser ist glaube ich nicht dass es so einfach ist dass man es wegkriegt. Ne. Ich glaube das Wasser muss man irgendwie wegkriegen. The Percolator. Okay. Ach das sind immer gute Zeichen wenn der selber stehen bleibt. Und der da hinten aber lauft. What the? Oh Mann. Oh Mann. Tschüss. Und rein damit. Hey. This should get that gift shop open. Ah okay. Aber ich glaube das ist quasi so ein Moment wo dann auf jeden Fall was kommen wird. Ich glaube ich glaube das war jetzt so ein Auslöser. So ist das mal schon. Und dann schocken wir da. Oh. As. Und dann geht das da nicht. Oh. Können die überhaupt ins Licht rein? Oh Mist, Alter. Der Wasser braucht ein Mirko. Komm mal näher. Junge, ich dachte es wäre Safe Zone. Ein Scheißdruck ist es. Bandagen. Wohl, okay. Ja, dann habe ich ihn reden. Das ist, glaube ich, jeder hinter. Da ist er in der schon. Ach Mist. Ist das eine Schwachstelle eigentlich am Rücken? Naja, das Problem ist, wenn ich mit den Batterien ausgehen bin ich eigentlich relativ schnell am Arsch. Weil dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass ich da noch irgendwie ausweige. Oder gegen die einen großen Schaden dann anrichte. Ja. See you later. Nein, da müssen wir jetzt nicht hin. Wenn du fragst, Merceda wird sprechen. Mhm, okay. Batterien? Nice. Wo ist der Giftjob? Der ist da hinten, ja. Ah, Universalschlüssel. Jetzt, wo ist das sicher? Kann man die Türen dazu machen? Ja. Doch, kann ich. Ich hätte das Gefühl, dass es dann so etwas ist, wo man ziemlich schnell in die Scheiße reinkommt, Alter. Locked. Okay. Was würde Ilmo für ein Code benutzen? Ich hätte das total einfach. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Siehst du, Kinderleicht? Ich dachte, es wäre Wache, Helfer, Lieferant. Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid? Spurensucher, Wache. Was? Spurensucher, Wache, Saubermacher. Kaffee-World-Staff. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht alle Monster. Was meister? Spurensucher? Mach mal kurz da. Also ich glaube, dass es mit dem zu tun hat. Ein komplett kranker. Walalter. Kaffee-World. Das größte Kaffee-Nate-Place auf der Erde. Ja, ja. Weg zu. Oh, lol. Das sind ja Bar-Sachen, ne? So. Ich komme jetzt hier. Was? Was? Die Sticker zeigen an, wie viele Jahre die Mitarbeiter hier arbeiten. Hm. Was ist das? Das könnte wahrscheinlich eher da rein. Was haben wir schon? Ich meine, ich weiß eh schon, wie man ca. rein kann. Ich glaube, das sieht so aus, oder? So. Aber ich will ja wissen. Also Wache ist letzte. Spurensucher. Saubermacher. Zwei. Drei. Zwei. 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 Spurensucher. Wache, Saubermacher. Okay, dann war es zwei, zwei, drei. 2, 2, 3 Spurensucher, Wache, Sauermacher Wer sind da? Spurensucher Spurensucher, Wache, Sauermacher 1 2 Spurensucher, Wache, Sauermacher Oh, da hat er mehr Leute, da hat er, ok, warte mal kurz 1 Spurensucher, glaube ich, oder? Lass den fahren Also 1, 4 6, kann das sein? 1, 4, 6 So, 1 4, 6 Ja Die Schlüsse zu meinem Trailer Jetzt, um den Klicker und den Kult zu finden Und der Bodenwand müsste wahrscheinlich irgendwo hinten sein, oder? Wo sind denn die? Leithaus, Wohnwagensiedlung Da haben wir es mal hin Da haben wir es mal hin Also hier ist irgendwo ein relevanter Ordecker Okay Okay Da sind wir dann hier so wahrscheinlich auf der Hauptstraße Ist es da links? Tatsächlich, ok Und da muss ich halt Ihren Wohnwagen finden Oh, schnell speichern Schauen wir, dass wir uns ausrüsten So weit es halt geht Ok Dann beim nächsten Mal sehen wir den Kultisten So weit es geht